Guten Tag Leute, hier spielt euer Peter Game und der nächste Pokal, ja stimmt, in England gibt es so viele Pokalspiele und wir sind bei zwei Pokals noch weit dabei. Leute, jetzt bin ich mal gespannt, Leute, ruhig. Ja, mit Abendschoss 1-1 ist eigentlich gut, jetzt müssen wir einfach nur den Auswärts-Tolkenschoss und vorderrasieren, wir kommen mal schön ins Finale an. Und hoffen wir mal auf... Die Moral müssen wir immer hochhalten und wir müssen ruhig spielen, wir wissen, wir haben Chance das Ding zu gewinnen. Sind gute Mannschaft? Na ja, wenn... Ja genau ein bisschen zu mir schütten, weil wir ja ein neues Team hier sind bei Liverpool, da müssen wir ja erstmal uns gucken, wie immer die Mannschaft. Und gegen Stoke war vielleicht die, dass wir jetzt zu gewissen ruhiger Spieler mehr Passe machen und dann halt schauen, wie immer es hin. Und gegen die Spurs können wir uns ins erste Finale bringen, Leute, das wäre natürlich... ins erste Finale können wir kommen, Leute. So, wir sagen, wir könnten... Wir können ins erste Finale kommen, Leute, wenn wir gegen die Spurs ein gutes Spiel abliefern, am besten zu gewinnen wäre halt schon, dann wäre... Wenn wir gewinnen gegen die Spurs, wäre es natürlich mega. Wenn wir gegen die Spurs gewinnen, heute ein super Redenspiel. Heute machen wir unseren neuen Stürmer mal gut, unseren neuen Stürmer. Ja, ich bin mal gespannt, holen wir uns, kommen wir ins erste Finale, Leute. Kommen wir ins erste Finale. Jetzt wäre es mega, wenn wir scharfe Beben hier mit Stürmer. Das Outside. Die Spurs, mit dem wir damals mitten haben wir dort mit und thirden Stürmer waren. Es wäre halt schön, wenn man es ins Zimtale komponiert würde. Ah, schade! Ganz gut! Ganz gut! Ganz gut! Ganz gut! Ganz gut! Ganz gut! Das ist so mega gut! Das ist so gut, Leute! Und jetzt hoffe ich, dass wir vielleicht noch einen anderen noch kriegen, Leute! Und dann hätten wir auf der Seite auch noch einen über 80er! Das ist so mega gut! 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 durch leider kommt haben wir nicht so viel kontrolle kraft auf den ball gebracht ich konnte nicht schießen Nein, nein, nein. Abseits gut. Aber wir brauchen auf der... Bei Neus brauchen wir eine neue Position. Auf Noris-Position brauchen wir einen besseren Spiel, Leute. Ja, 2-0, die Mannschaft ist da heute. Also, wir schaffen es, ins Finale zu kommen, Leute. Schaffen wir das, ins Finale zu kommen, Leute. Es wäre... Es wäre traumhaft, Leute, ins Finale zu kommen, Leute. Dann in der Premier League, dann halt jetzt mal in Form kommen, Leute. Und in der Premier League halt in Form zu kommen, Leute. Das war nicht so der Start, der wir immer gedacht haben, Leute von den Spielern. Jetzt müssen wir aber trotzdem weiter ruhig spielen. Wir spielen mal ruhig. Wir spielen mal ruhig. Ja, 3-1, ja. Die Mannschaft funktioniert. Die Mannschaft funktioniert. Vielleicht gegen Stoke war der Vorteil. Wir haben... Die Mannschaft, die Mannschaft ist hier mit... Und die Mannschaft ist hier mit... Bei der Mannschaft, der Mannschaft ist hier mit... Amen. Ja. Aber wenn wir so weiter unter Timo spielen, das könnten wir hinkriegen. Wir müssen einfach noch unser Spiel perfektionieren, mit der Mannschaft und Unvertakt, unser Fit, wie wir spielen haben. Das ist alles Ding, meu ne? Wir spielen die Takti. Das ist alles Ding. ... Ruhig einfache das Spielchen. So, jetzt einfach nur noch zu ruhig. So, jetzt haben wir eineührung von Kremlitz. Das war's, nicht so. So, jetzt müssen wir uns die Kremlitz und kommen mit nach vorne. So, jetzt kommen wir hier. So, jetzt haben Sie den Kremlitz. So, jetzt haben Sie den Kremlitz. So, jetzt machen wir das Kremlitz. So, jetzt sind die Kremlitz. So, jetzt bin ich gonna, Ui spinne Gando Oh. Ari, weh war nicht schlecht. Vielen Dank. Vielen Dank. Und wir sind in dem Finale des KPM Cup, Leute. Und jetzt ruhig nach Hause. Ruhig nach Hause, ruhig schön langsam. Wir sind nicht mehr lang zu spielen, Leute. Das erste Finale erreichen wir mal. So, jetzt sind es nicht mehr lang zu spielen. Ruhig. Jetzt nur noch nach Hause. Und jetzt machen wir das nächste. Okay, ja. Das erste, wir sind im ersten Finale. Boah, wenn man das Ding, wenn man, dann hat man ja nur gute Chance. Zweiter Sieg in Folge, Mann. Zwei Sieg in Folge, Leute. Zwei Sieg in Folge, Leute. Und so, jetzt sehen wir im Finale dieses KPM Cup, Leute. Zwei Sieg in Folge, 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 Leute. Und haben es ins Finale gepackt, Leute. Wir sind im... Wir hätten können ein Pokal, ein... st Ja. Es hat lieber Vurteidat... 'veganne die Ausbildung. Das ist eine Rückwärmung. Und haben wir ja sogar mehr招LE- ... Hange sieg? Wir haben ja auch... 謙 Spanier, eine Chance. Pasig auf B slutители. Nichts, nicht bist du da. Ja. Wir können auch um einen Titel schon kämpfen, Leute. Und dann, um einen Titel haben wir schon, in einem Finale sehen wir schon, Leute. Und im FA Cup wollen wir ja natürlich auch weit kommen, Leute. Ja, und es sieht danach aus, dass wir ihn vielleicht auf die Position machen, wo Norris steht. Das werden wir auch machen, Leute. Das werden wir auch machen, dass wir ihn auf die Norris-Position setzen. Und wir spielen gegen Nottingham Forest im FA Cup, Leute. Jungen, boah, erstes großes Finale spielen wir. Und das ist natürlich richtig gut. Und das kann auch für die Mannschaft stark werden. Ich habe nur ein paar Fragen für euch, um zu dem Spiel zu stellen. Und er wird... Und er wird... Er könnte vielleicht unser neuer Star werden. Nee, Stürmer, Stürmer. Stürmer. Genau. Und jetzt können wir... Jetzt können wir danach in den anderen Spiel, die nächsten Spiele, achten ein bisschen selbst... ...und wir konzentrieren uns aufs nächste Spiel. Und jetzt ist es für die nächsten Spiele, das sind wichtig. Wo... Ja, da sind die wichtigsten Spiele. Die nächsten Spiele werden die wichtig sind. Und so wird es ruhig fachlich durch... So, jetzt gibt es noch... So, jetzt tun wir noch weiter bis zum nächsten Spieltag. So, jetzt tun wir noch weiter bis zum nächsten Spieltag. So, jetzt... So, jetzt... Jetzt... keter ja zum solon jetzt wie gesagt wollen wir jetzt machen wollen wir jetzt noch ist wollen wir jetzt weg machen dafür kommen er rein von norris wird rausgenommen so leute aber ich würde sagen gegen 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 leeds spielen wir erst beim nächsten mal somit sagt für heute euer peter gaming tschüss bis dann und pg bis denn